die dhv news vom 25 februar 2022 global marihuana marsch demos kommen nicht ihr müsst sie machen bundesverfassungsgericht hat cannabisverbot auf der to do liste 2022 herzlich willkommen bei den dhv news nicht wundern wir haben heute etwas ungewöhnliches setting ja noch mal so eine vorsichtsmaßnahme weil da kennt jemand jemanden der möglicherweise eine ansteckende krankheit hat die gerade populär ist und deswegen sind wir ganz vorsichtig noch mal weil offizielles durch leuchtungssignal durch seuchungssignal haben wir ja noch nicht gekriegt ja so ein richtiges go also sind wir jetzt hier noch mal ein bisschen vorbildlich vorsichtig und drehen mal ein bisschen ungewöhnlich und kann ich auch gleich noch die nächste ausnahme ansagen und zwar haben wir demnächst keine news nächste woche gar keine ja nicht nur so provisorische weil ich mal ein bisschen urlaub noch ein paar urlaubstage verballern vom letzten jahr bisschen urlaubsreif bin ich glaube ihr auch bevor das ganze jetzt richtig losgeht dieses jahr ihr habt ja sowieso das gefühl ist noch nicht so richtig losgegangen da kann ich noch mal eine woche verschwinden irgendwie und wieder am start sind wir mit den übernächsten news also die übernächsten freitag ja eine fällt aus und dann am 11 märz freitags sind wir wieder hier am start ansonsten haben wir einige termine gehabt da würde ich auch mal kurz erwähnen zum beispiel bei der spd vorstellungsgespräch mal ohne kamera ja weil leute denken wir machen da nur interviews und das ist das ganze gespräch mit politik nein wir haben zum beispiel eben vor einer woche uns getroffen also ich und kollegin maria von der lobbyistenfront beim handverband mit kamen wegge unter keinem blut von der spd und da gab es noch bild dazu auf twitter und alle haben irgendwie fürchterlich herumgerätselt was jetzt da passiert ist ja von wegen wie geheim ist das jetzt da und so naja also ist halt ohne kamera man muss dann auch mal irgendwie mit denen sprechen können irgendwie ohne gleich eine kamera drauf steht so oder dann redet man ein bisschen entspannter vielleicht auch ein bisschen eher ins blaue rein oder so und zum kennenlernen ist auf jeden fall eine sinnvolle sache ja und das machen die gerade reihenweise da mit allen möglichen organisationen zum beispiel in derselben woche war auch lieb da law enforcement against prohibition mit richter müller der war so auch gerade da gewesen die haben auch jetzt nichts groß verkündet was passiert ist da bei dem termin da war ein kennenlernen termin ja erstmal nichts tolles aber so kommt man halt irgendwie mal ins gespräch und kann mal gucken irgendwie ob man da drin auch bleibt unter anderem wir dann auch den timon jenius getroffen ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen mit dz der neue sprecher der grünen jugend herzlichen grüßen mal an der stelle hier also wir sind da nicht nur mit den bundestagsabgeordneten zugange aber wahnsinns geheime absprachen gibt es natürlich noch mal bei so einem kennenlernen termin nicht ja auch wenn wir jetzt nicht unbedingt groß irgendwie irgendwie liste raushauen was jetzt da alles besprochen worden ist mit oliver rabatt habe ich mich auch getroffen rechtsanwalt der letztens hier so ein viel gefeiertes video gebracht hat ja ich habe da auch gefeiert schon auch gut da haben wir uns mal getroffen mal gucken was so geht ich hoffe wir sehen auch rechtsanwalt oliver rabatt demnächst mal hier im kanal beim handverband aber nach dem urlaub erst ja und dann vielleicht noch die nachricht dass es demnächst auch eine eci geben wird wie es im moment aussieht auf europäischer ebene european citizen initiative um da im prinzip auch noch mal einen weg frei zu machen es gibt ja auch eu regulierungen die erstmal nicht begeistert sind davon wenn das wenn die einzelnen mitgliedsstaaten cannabis legalisieren dazu werden wir dann in dem zusammenhang noch mal ein bisschen mehr reinleuchten gucken was hat denn jetzt eigentlich mit dem eu recht auf sich aber da kommt auf jeden fall eine initiative aus dem europäischen raum von italienern insbesondere die eben sagen die eu soll eben diese verpflichtung aufheben da hat jetzt cannabis nicht legalisiert werden soll jedes land soll hat für sich selber entscheiden ich weiß gar nicht wie hart jetzt da diese diese grenze überhaupt ist ja immer eher von internationalen verträgen die rede nicht so sehr von eu recht was sagen problem werden könnte trotzdem schade ich ja nix ja eine europäische initiative die sagt ja lass die nationalstaaten in ruhe irgendwie cannabis ausprobieren legalisierung ausprobieren und das wird vermutlich doch die größte cannabis unterschriften aktion des jahres 2022 und auch eine schöne sache für alle die jetzt unruhig sind die was machen wollen und so vielleicht schaffen wir es ja das haben bis jetzt sechs initiativen in der eu geschafft die kriterien zu knacken für diese unterschriftensammelei insgesamt eine million unterschriften brauchen wir da und mehrere länder müssen bestimmte quoren knacken ja das wird eine spannende herausforderung ob dann eben leute auch bereit sind dann personal daten bei der europäischen union da zu lassen um sich zu verifizieren um dann für cannabis abzustimmen ja mal sehen ob das laute netz dann immer noch so laut ist so kommen wir noch zu ein paar statements der woche kleinigkeiten ja aber zwei sachen die vielleicht doch relevant sind für den ganzen weiteren prozess und das eine ist marco buschmann justizminister der hat auf abgeordneten wortschatz noch mal endgültig klargestellt dass das gesundheitsministerium zuständig ist für die frage cannabis legalisierung und auch für die frage der entkriminalisierung der konsumenten also das ganze programm hat im prinzip jetzt besprochen wird und umsetzungen des kollektionsvertrages komplett herr lauterbach zuständig dafür insofern sind wir da jetzt wieder einen schritt weiter bei der zuständigkeit und jetzt muss dann als nächstes da im ministerium mal was passieren zuständiger mitarbeiter festgelegt werden der außerhalb von blinatz abteilung und seiner expertise als drogenbeauftragter eben da ist gesetzesvorschläge schreibt und und zur diskussion stellt den ampel politikern also lauterbach ist unser mann sozusagen im kabinett ich hoffe das hat keine schlechte nachricht ist weil der so sehr viren im kopf hat aber ja bisschen cannabis kriegt er hoffentlich noch da rein dann haben wir christine lütke mit einem tweet die gesagt hat mein persönliches ziel ist dieses jahr noch den ersten entwurf für einen cannabis legalisierungs gesetz zu haben ja also nicht verabschiedet bis ende des jahres aber wir wollen ja immer mal auch mal sehen timeline ja hat wenn unsere 100 tagesforderung hier jetzt schon irgendwie scheinbar nicht umgesetzt wird schnelles handeln wann wird denn überhaupt dann gehandelt ja und die drogenpolitische sprecherin der fdp fraktion sagt eben ihr ziel ist es einen entwurf fertig zu haben der dann natürlich auch zwischen den einzelnen fraktionen schon so weit geeinigt ist würde ich mal annehmen ja da die keinen entwurf raushauen der da irgendwie vollkommen unabgesprochen ist insofern wären wir dann ende des jahres schon ja vielleicht den wesentlichen schritt weiter und bräuchten kein weiteres jahr würde ich jetzt mal annehmen wenn das gut vorbereitet ist also zumindest mal eine klare ansage was da so ihr persönliches ziel ist ja wenn wir sie dann auch daran messen können und fragen können am ende wenn das nicht der fall ist aber ich hoffe eher dass wir feiern können die ganze sache hat geklappt entwurf endes jahres dann global marihuana marsch ja jetzt noch mal ihr seid jetzt gefragt hier das ist erst mal der aufruf für aktivisten vor ort demos zu organisieren wir vom handverband koordinieren traditionell die tätigkeiten in deutschland zum global marihuana marsch wir haben gemeinsame plakate wir promoten die ganzen termine gemeinsam und es geht in dem fall eben nicht um eine zentrale demo wie die hanf parade in berlin also die eine große demo wo alle hinfahren sondern regional in verschiedenen städten überall da wo eben leute sind die eine demo organisieren oft sind das die hv ausgruppen zum beispiel es gibt auch die hv ausgruppen die machen keine demos weil sie die kapazitäten dafür gar nicht haben wenn ihr da zum beispiel in der nähe seid wo nordsgruppe ist dann könnt ihr doch mal nachfragen macht ihr eine demo jetzt anfang mai zum global marihuana marsch wenn nicht ja vielleicht kann ich helfen die doch zu machen oder wenn sie eine machen auch da fragen kann ich da mithelfen ja und vielleicht ergeben sich auch noch ein paar neue städte die bis jetzt überhaupt noch nie teilgenommen haben weil ich lese immer in den kommentaren ja wann kommt denn endlich mal demo zu mir nach was weiß ich bielefeld oder so ja die glauben immer die leute kommen so die die demonstrationen kommen so oder wir würden die quasi so aus dem hubschrauber werfen vom handverband team aus und sagen so zack ihr habt da jetzt eure demo in bielefeld aber nein das ist graswurzel aktivismus die müsst ihr selber machen die demos und mit ein paar freunden zusammen gar nicht so schwierig wenn ihr noch irgendwie fragen habt wie man da weiter vorgeht wird euch sicherlich der kollege florian behilflich sein wenn ihr da mal anfragt wir haben jedenfalls eine neue homepage aufgestellt dafür zum ersten mal wo ihr kontaktdaten auch findet wo ihr vor allen dingen auch demos anmelden könnt damit wir die eben auch wirklich haben die daten wir helfen noch ein bisschen bei den rahmenbedingungen wir haben ein zentrales plakat für alle global marihuana marches wo ihr dann im prinzip nur noch eure daten für die orte und zeiten und so weiter eintragen müsst ja und nach dem lauten gezeter sozusagen in den sozialen netzwerken der letzten monate verständlicherweise eben auch ja das alles so furchtbar langsam dauert man geht auch als viel zu langsam obwohl ich immer dafür bin konstruktiv zu kritisieren ein bisschen schieben ja ein bisschen dafür feiern die ampel ruhig auch dass sie da kann das legalisieren will aber eben auch erwartungshaltung deutlich machen eben schon im wissen dass hier ist eine andere regierung jetzt als die vorgängerregierung die wollen nicht mehr so weitermachen ob sie wirklich schaffen ihre ziele umzusetzen ist eine andere frage und dabei wollen wir sie doch ein bisschen supporten und stupsen ja dass da auch wirklich was passiert und dass sie da nicht ewig brauchen das ewig liegen lassen in diesem sinne ja liebe aktivisten ich bin gespannt was geht die homepage findet ihr in der video beschreibung gmm-deutschland.de und schaut euch da mal um und es geht im moment erst mal nur um einen aufruf an aktivisten nicht an teilnehmer ja das kommt später wenn wir wissen welche städte alles demos haben wann und wie und wo dann kommt der aufruf für teilnahme an demos jetzt aktivisten bitte melden anfang mai demo organisieren ja soviel dazu am 20 april soll es ja auch in berlin noch eine demo geben während der woche dann allerdings am 20 mit richter müller wo aber unterschiedliche informationen jetzt noch rumwabern wo die ist genau und da informieren wir euch dann noch mal wenn da irgendwie alle kanäle das gleiche erzählen und dann wisst ihr da auch bescheid gmm-deutschland.de demos anfang mai brauchen wir jetzt noch mal ja schubs die regierung sozusagen noch mal so weit dass wir jetzt tatsächlich auch das kriegen was da im koalitionsvertrag steht was anderes kriegen wir möglicherweise auch dieses jahr mein letztes thema für diese impro dhv news heute das bundesverfassungsgericht hat das cannabisverbot auf der to-do liste für dieses jahr das wurde diese woche veröffentlicht so die jahresvorausschau des verfassungsgerichts das machen die immer einmal im jahr dass sie so sagen okay was haben wir uns denn jetzt vorgenommen für fälle teilweise liegt hat ja ewig da und auch in dem fall hat es zwei jahre gedauert bis hierher ja seit der eingabe von richter müller der die erst seinen ersten das erste normenkontrollverfahren gebracht hat das ganze geht noch weiter zurück auf eine kampagne des handverbands da sieht man manchmal wie lange man planen muss 2019 unsere jahreskampagne finanziert dadurch eure weihnachtsspenden übrigens wir haben eine mustervorlage geschrieben auf der aufbauend dann verschiedene richter die vorlage bei in karlsruhe gemacht haben richter können selber dem verfassungsgericht sagen hier ich glaube das cannabisverbot ist verfassungswidrig das und das sind meine gründe und prüft das bitte mal und das haben mittlerweile drei amtsgerichte gemacht richter müller hat gleich zwei vorlagen gemacht aus vom amtsgericht bernau mit zwei verschiedenen fällen denken zu einer vorlage vom amtsgericht münster und eine vom amtsgericht paswalk und die liegen jetzt alle da na und müllers eben seit zwei jahren und dieses jahr will das verfassungsgericht sich damit befassen und das ist eine spannende info weil man war nicht so ganz sicher ja die haben keine keine fristen die müssen nicht irgendwann sich damit befassen die hätten auch noch zwei jahre liegen lassen können und jetzt war natürlich die frage wenn sowieso die bundesregierung kann aber es legalisieren will machen die sich da irgendwie machen sich die gemütlich legen die hände in den schoß und warten erst mal ab gucken mal ob sich das problem nicht von alleine regelt erledigen durch liegen lassen das tun sie jetzt nicht sie greifen im prinzip in den laufenden prozess dann ein wenn das urteil kommt also dass sie sich damit dieses jahr befassen heißt auch noch nicht zwingend dass dieses jahr ein urteil kommt aber sehr wahrscheinlich und dann ist die frage wie wirkt das ganze ja also wenn die jetzt natürlich beschließen cannabis soll legalisiert werden das verbot ist verfassungswidrig dann ist da zusätzlicher druck für die bundesregierung da jetzt wirklich schnell eine verfassungskonforme marktregulierung zu machen zu beschließen als im gesetz zu diskutieren dafür wird es wahrscheinlich eine übergangsfrist geben das wird nicht sofort in kraft treten was aber sein könnte ist dass die verfolgung der konsumenten sofort beendet werden muss da sind wir wieder beim thema entkriminalisierung sofort wenn es verfassungsgericht sagt die verfolgung der konsumenten ist verfassungswidrig mit strafrecht dann ist es vorbei damit ja dann kann sich da jeder darauf berufen es kann aber auch sein dass so eine zwischenlösung rauskommt dass nur die entkriminalisierung der konsumenten betrifft das haben die 1994 auch schon so gemacht da gab es ein paar richter die waren dafür zu sagen ja cannabis muss vollständig legalisiert werden andere nicht die mehrheitsentscheidung war aber dann letztendlich 94 urteil das verbot von cannabis ist nicht verfassungswidrig aber die strafverfahren gegen konsumenten sollen in der regel halt eingestellt werden wenn da kein besonders öffentliches interesse besteht bei einer geringen menge zum eigenverbrauch seitdem gibt es eben diese ganzen verschiedenen landesregelungen obwohl die gesagt haben auch damals soll bundesweit einheitlich sein im wesentlichen aber das hat sich dann nicht noch mal irgendwie durchgesetzt vor gericht ja dass da eine vereinheitlichung zwingend durchgesetzt worden wäre wie auch immer auf jeden fall diese regelung war damals schon so und wenn die jetzt wieder sagen konsumenten entkriminalisieren aber verbot ist in ordnung dann wäre es weitergehender wahrscheinlich damals die regelung hat ja noch offengelassen auch strafverfahren zu eröffnen gegen konsumenten die nur dann eben unter bestimmten umständen wieder eingestellt werden es kann auch sein dass sie jetzt sagen komm strafrecht komplett raus was die cannabis konsumenten angeht das ist kein unwürdiges verhalten so dass mit strafrecht irgendwie bearbeitet werden muss ja das könnte also auch sein und dass die legalisierung aber nicht in frage gestellt wird vom verfassungsgericht das wird dann eben auch wieder entsprechend schwierige diskussionen mit sich bringen kann auch sein dass sie sagen das ist alles quatsch ja das passt schon so mit den mit den ganzen cannabis regelungen dann haben wir eher ein problem obwohl formal juristisch gesehen dann die die regierung trotzdem legalisieren kann natürlich weil bloß weil eine regelung nicht verfassungswidrig ist heißt es ja nicht dass sie aufrechterhalten bleiben muss aber in den letzten jahrzehnten habe ich mehrere cdu politiker erlebt die genau so argumentiert haben die gesagt haben ja natürlich das muss verboten weil das hat auch das verfassungsgericht gesagt obwohl das blödsinn ist aber die drehen das einfach so und viele glauben dass manchmal glauben die hat auch selber weil sie nicht verstanden haben denke ich aber das ist nicht der fall wäre aber für die politische debatte dann eben mit solchen auswirkungen und verwirrungstaktiken sozusagen problematisch wahrscheinlich wo sowieso das so ein bisschen auf wackeligen füßen steht mit den mehrheiten ja ist alles ganz knapp sowohl in der gesellschaft als auch in der politik von daher wäre ein negatives urteil auch wahrscheinlich keine gute nachricht in dem zusammenhang aber ja bleibt auf jeden fall spannend das ganze und wir hoffen natürlich darauf dass da ein bisschen schub kommt obwohl natürlich viele dieser verfassungsgerichter besetzt worden sind auf cdu ticket ja die sind konservative richter aber das heißt noch lange nicht dass sie alles das machen was die cdu sagt dafür haben die der cdu auch schon zu viele urteile reingewirkt sozusagen der merkel regierung die damit nicht einverstanden war oder wo gegen die regierung entschieden wurde von daher konservativ heißt nicht zwingend dass man cannabis verbieten will ja das steht nirgendwo festgeschrieben sondern die müssen einfach juristisch anhand der grundrechte orientiert urteilen so jetzt genug verfassungsgericht blablabla nur mal ein bisschen für den hintergrund noch mal wer hat damit was wie zu tun und so nämlich handverband kampagne unter anderem eben richter müller ganz vorne dabei nach drei jahren zeichnet sich dann jetzt doch langsam mal ein ergebnis ab so termine habe ich noch ortsgruppen termine allesamt oldenburg infostand der ortsgruppe am samstag 26 februar sonntag 27 ein treffen der gruppe in oldenburg freiburg trifft sich am 2 märz freiburg noch nicht so oft gehört hier jetzt freiburg münchen trifft sich am dritten märz donnerstags samstags gründungstreffen der ortsgruppe in darmstadt da geht mächtig voran viele neue städtenamen hier darmstadt gründung fünfter märz macht die ortsgruppe in darmstadt möglich durch eure anwesenheit und eure mithilfe bamberg auch ganz frisch dabei gründungstreffen auch wieder sonntag 6 märz die haben zurzeitung geschafft ja großartig mehrere bayerische medien haben das schon aufgegriffen gesagt so hier die erste ober unterfränkisch ja ich werde jetzt aufgehängt von den franken aber bamberg jedenfalls ja die erste gruppe da in der gegend und von daher alles schön dabei sein mitmachen bayern hat die ortsgruppen besonders nötig deswegen gibt es auch viele da heidelberg montag 7 märz eine online hybrid team sitzung des handverbands rhein-neckar und regensburg haben wir noch auf der liste ich gehe ein bisschen weiter vor als normal weil nächste woche keine news regensburg trifft sich am sonntag 13 märz und das war's bevor dann die nächsten termine kommen sehen wir uns wieder in zwei wochen freitags und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen tag einen grusamen abend bleibt sogar selbst dieses provisorische video am besten ja wenn ihr für die legalisierung seid und überhaupt alles und den kanal abonnieren und so ihr kriegt auch wieder anständige videos in den nächsten wochen wenn der ganze alarm zu ende ist und bis dahin macht's gut schönen abend nicht latent haben wir ja Untertitelung des ZDF, 2020